Dann haben wir ja kein Problem. Sie begleiten mich, beantworten unsere Fragen und sind rechtzeitig zurück, um Ihre nächste Predigt zu filmen. Ich bin kein Narr. Wenn ich mich jetzt ergebe, lassen Sie mich verschwinden. Aber ich werde solche Nitzinsfehler nicht wiederholen. Wir werden Ihnen die Stillung bieten. Ich dachte, Sie wären ein Pazifist. Das bin ich. Aber ich bin mehr als nur ein Anführer. Ich bin auch ein Symbol, das Sie beseitigen wollen. Und wenn ich nur als Märtyrer ein Symbol bleiben kann, dann nehme ich den Tod gerne in Kauf. Sie sagten, Sie wollten keine weiteren Verletzten. Aber wenn ich Sie gewaltsam mitschleppen muss, dann werden Ihre Leute versuchen, mich aufzuhalten. Wenn Sie friedlich mitkommen, ist die Chance höher, dass es ohne Gewalt abläuft. Sie haben ein Wort. Ich tue, was ich kann, damit Sie fair behandelt werden. Sie reden von Frieden und Fairness? Sie haben Unschuldige angegriffen, um mich zu entführen. Im Auftrag Ihrer Herren, die sich im Schatten verstecken. Sie manipulieren, kontrollieren und morden, ohne den Mut zu haben, Ihre Überzeugungen vor dem Rest der Welt zu vertreten. Das komische ist bloß, ich habe eigentlich gar keinen getötet. Sie sind genauso, Rucker. Sie verlassen sich auf Waffen, während Sie hinter der Sicherheit einer Kamera Reden schwingen. Wenn Sie Ihre Überzeugung beweisen wollen, dann stellen Sie sich Ihren Feinden. Sie sind offenbar nicht der dumme Schläger, für den ich Sie gehalten habe. Es freut mich, wenn andere Leute Leidenschaft und Idealismus zeigen, vor allem in der derzeitigen Lage. Ich war geduldig, habe Gewaltlosigkeit gepredigt und darauf gewartet, dass der Rest der Welt diesem Beispiel folgt. Ich hatte Vertrauen zur Menschheit und die Menschheit hat mich verraten. Ihrem Beispiel folgen? In Zeiten von Chaos und Furcht gibt es immer wieder Anti-irgendwas-Bewegungen. Bevor Sie sich zum Symbol der Sache gemacht haben, hätten Sie sicherstellen sollen, dass Sie dafür auch bereit sind. Ich dachte, das wäre ich. Ich dachte... Bei Gott, jemand muss das tun. Die Bewegung durchliegt gerade eine schlimme Zeit. Die Anschläge verschlimmern alles. Meine Führungsposition wackelt. Und ich befürchte, zwischen beiden besteht eine Verbindung. Bitte, gehen Sie zu Ihren Leuten und bitten Sie für mich um 48 Stunden Aufschub, damit ich den internen Konflikt lösen kann. Es tut mir leid. Wenn ich mit leeren Händen zurückkomme, werde ich ersetzt. Wahrscheinlich von jemandem mit weniger Mitgefühl. Wenn Sie jetzt mitkommen, ist es das Beste für uns alle. Ja... Sie haben vermutlich recht. Verstehen Sie mich denn? Wenn Sie mich hier wegbringen, sind Sie nicht nur für meinen Tod verantwortlich, sondern auch für den Untergang der Augmented Rights Coalition und die Pervertierung von allem, wofür sie steht. Sie sind nicht nur für den Untergang der Augmented Rights Coalition und die Pervertierung von allem, wofür sie sind. Ich würde sagen, ich soll Ihnen vertrauen. Also gut. Perfekt. Bevor wir gehen, muss ich Ihnen etwas zeigen. Ich vermute einen brodelnden Machtkampf in unserer Organisation. Einige Mitglieder der Ark sind unseren Idealen weniger verbunden. Heißt das, Sie wissen, wer für die Bombenanschläge verantwortlich ist? Es ist nur ein Verdacht und selbst das erst seit kurzem. Meine gesammelten Beweise sind mager, aber ich will sie Ihnen geben. Das ist die Code-Karte für die Sicherheitstür. Dort sind die Beweise. Warum geben Sie die mir? Warum behalten Sie sie nicht beim Verhör bei sich? Wenn mein Verdacht stimmt und ich gesehen werde, wie ich Sie freiwillig begleite, überlebe ich vielleicht nicht lange. Nirgendwo da unten, gut versteckt, ist Ihr Terrorist. Ich habe insgeheim versucht herauszufinden, wer verantwortlich ist. Wie bitte? Wie bitte? Wo ist das genau? In der Nähe Ihrer Position sind einige Gewächshäuser. Darunter ist eine freie Stelle. Dort werde ich sein. Chicanen out. Ah, scheiße. Das wundert mich aber jetzt. Das wundert mich vielleicht. Das ist eine coole. Das ist eine coole. Das ist eine coole. Ich bin auf dem Weg. Wie bitte? Ich bin nah. Ich bin nah. Ich bin nah. Ich hab keinen Bock, dass ich ihn zeig. Talos Raka, Talos Raka, Talos Raka. Und auch einige von uns. Und wir kommen beim Film hier. 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 So eine ärgerliche Scheiße. Und wir kommen beim Film hier. oh man komm schon danke das Zuche läuft? komisch wie die Suche läuft den Heike habe ich doch gar nicht versemmelt oder? ne 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 ich die wand nämlich nicht durch so wie normale schnell durch jetzt verstehe ich weswegen ganz kaputt gesehen und deswegen hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet einige gewächshäuser darunter ist eine freie stelle dort werde ich sein ich würde aus der party entfernen gestorben sind unsere ankläge angst haben bitte ich sie sie wissen genau so gut wie ich sie 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 So, jetzt kann ich nochmal speichern. Ich geh viel schneller, aber ich muss nicht so viel Scheiße verbrauchen. Ein Praxis-Kid, was ich überhaupt nicht gebrauchen kann. Was soll ich damit machen? Wir haben hinteren Stecken oder lieber jemand anders im Arsch stecken. So, ich muss mal ganz kurz kurz nachsehen, weil ich nicht bestimmte Sachen hier machen möchte. So, ich muss mal ganz kurz nachsehen. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. So, ich muss mal ganz kurz nachsehen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020